Hallo, hier ist wieder der Rainer Streets und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich heute mit einem Thema hier bin, das mir persönlich wahnsinnig am Herzen liegt. Es geht um die Go4Diamond-Strategie. Die Go4Diamond-Strategie wurde eigentlich entwickelt, für wen? Eigentlich für alle. Die Go4Diamond-Strategie ermöglicht es, jedem, absolut jedem, von Null bis auf die Treppchen nach oben zu kommen, finanziell unabhängig zu werden. Und zwar alleine. Genau das lernt man. Man braucht niemanden anders. Man kann sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Man kann die Strategie anwenden. Die Strategie geht Schritt für Schritt, Treppchen für Treppchen. Und aus dem Grund ist sie in den letzten Monaten schon erfolgreich gewesen. Viele, viele, viele Partner, wenden sie mittlerweile an. Mit Erfolg. Menschen, die vorher keine Chance hatten, die vorher alles mögliche probiert haben, aus dem Hamsterrad rauszukommen, immer wieder Lehrgeld bezahlt haben, jetzt auf einmal die Go4Diamond-Strategie entdeckt und tatsächlich Schritt für Schritt nach vorne. 30 Partner, 40 Partner, 50 Partner, über 200 Partner in einer kurzen Zeit. Jetzt kommt das Schöne, auf dem besten Weg auch noch finanziell unabhängig zu werden. Möchtest du natürlich auch? Dann kann ich dir nur eins empfehlen. Schließ dich an, komm zu uns, schau dir an, was ist, wie es funktioniert, melde dich bei irgendeinem der Partner, ist vollkommen egal, die werden dir alles gleiche sein. Schritt für Schritt. Und besuch doch einfach mal unseren Hangouts, einen unserer Hangouts, Nummer eins, Nummer zwei, und du wirst sehen, es geht auch bei dir Schritt für Schritt nach oben. Danke. Ciao.